In Ihrem Beruf können Sie keine Abkürzungen nehmen. Sie haben keine Zeit für Verspätungen. Kein Raum für Fehler. Ihre Aufgabe ist der Transport von schweren Lasten und Gefahrgut. Dabei haben Sie alles unter Kontrolle und meistern jedes Hindernis. Unter ständigem Termindruck ist ein Standard-LKW hierfür ungeeignet. Sie müssen die technischen Spezifikationen mit optimierten Dienstleistungen verknüpfen. Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Business, damit Sie noch besser werden. Wenn Sie das nächste Mal einen neuen Gefahrgut-LKW kaufen möchten, sprechen Sie Ihren Scania-Partner an. Wir werden Ihnen zeigen, dass dieser LKW etwas Besonderes ist. Maßgeschneidert. Für das einzige Business, das zählt. Ihr Business Ihr Business Untertitelung des ZDF, 2020